Hallo und herzlich willkommen zurück. Microsoft hat den Streaming-Service xCloud offiziell vorgestellt. Damit sollen alle Hardware-Bindungen komplett wegfallen und man soll zum Beispiel Xbox- und PC-Spieler auch auf Mobile-Geräten spielen können. Möglich ist das durch die Azure-Cloud. Da wurden extra neue Server konzipiert, die die Rechenleistung von gleich mehreren Xbox Ones haben. Die Hardware des Spielers muss dann nicht mehr Rechenleistung haben, als man braucht, um zum Beispiel Netflix zu streamen. Und für PC-Spieler stehen damit auch erstmals Konsolen-exklusive Titel zur Verfügung. Die Dienstleistung, die Sony seit einiger Zeit für PS3 und PS4 schon über die PlayStation-Now-App anbietet. Außerdem hat Google Anfang des Monats selbst schon eine Alternative versprochen mit dem Project Stream und im kommenden Jahr möchte auch EA mit einem eigenen Streaming-Service nachziehen. Die ersten Testphasen der Azure-Cloud werden allerdings auch erst 2019 starten. Microsoft verspricht allerdings minimale Latenzen und dafür stehen allein in Europa 14 Azure-Cloud-Serverzentren zur Verfügung. Kommt bald ein neues Call of Juarez im Western-Setting, vielleicht sogar als direkter Konkurrent zu Red Dead Redemption 2. Einen ersten Hinweis darauf gab das veränderte Titelbild auf der Facebook-Seite. Dort ist Silas Grievous, der Protagonist aus Ganslinger zu sehen. Und es ist das erste Mal, dass diese Seite seit 2013 etwas gepostet hat. Zu sehen ist der Protagonist zusammen mit dem Satz Legends never die. Außerdem gab es jetzt einen neuen Teaser-Trailer, ein ganz kurzes Video mit einer eindeutigen Botschaft an Arthur Morgan, den Protagonisten aus Red Dead Redemption 2. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt mehr dazu hören. Dazu ein ganz kleiner Hinweis für alle, die sich auf Red Dead Redemption 2 freuen. Keine Sorge, absolut spoilerfrei. Allerdings solltet ihr vielleicht ausprobieren, mal ohne die Minimap zu spielen. Laut Adi Online News, das haben sie auf Twitter erklärt, verändern sich nämlich die Dialogoptionen der NPCs. Wenn die Minimap deaktiviert ist, geben die NPCs Wegbeschreibungen mit Richtungsangaben und Hinweisen auf Orientierungshilfen wie markante Landschaftsdetails. The Walking Dead – The Final Season wird fertiggestellt. Das verkündete Robert Kirkman, der Schöpfer der Namen und Story gebenden Comics, am Wochenende in seinem Panel auf der New York Comic Con. Skybound Games werden die letzte Staffel des Adventures fertigstellen, das hat das Studio auch selbst auf Twitter nochmal bestätigt. In einem Statement erklärten sie, dass einige Details zum Wer, Was, Wo, Wann und Wie noch geklärt werden müssen. Skybound Games wird allerdings mit einigen ehemaligen Mitarbeitern, die am Originalspiel bei Telltale gearbeitet haben, zusammenarbeiten und mit ihnen gemeinsam Clementines Geschichte zu Ende erzählen. Das war's für heute mit den News, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, viel Spaß und guten Loot.